Dom, 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 es ist soweit. Das große Finale von Donkey Kong Jungle Beat. Ich bin Scherz heute mit NoFive und wir gehen in das große Finale. Es ist uns jetzt egal, was wir für Ränge bekommen. Ja, wir sehen, es ist... Ich muss euch leider auch enttäuschen, wenn ihr geglaubt habt, dass jetzt irgendwas Besonderes kommt, aber... Es ist leider nicht so. Das war jetzt scheiße, das wollte ich nicht. Na komm, leck mich doch. Geh weg. Komm. Ey, 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 ey. Du rastest ja mal total aus, mein Freund. Du rastest ja mal total aus, mein Freund. Super. Hey, Ninjas. Ihr Ninja-Guiden-Spielenden-Freaks. Let's go. Was ist das jetzt noch so mit Kombo 4? Ah ja, aber ihr seht, die Stage hat sich ein kleines bisschen verändert. Also jetzt in der Hinsicht, dass man es uns nicht mehr so leicht machen will, da hochzukommen. Da jetzt ein ausrastender Elefant da ist und ein Ninja. Und man gibt uns auch nicht mehr ganz so viele Bananen. Aber es geht jetzt los. Es geht los, Leute. Der Finale Fight. Es ist derselbe wie vorhin nochmal. Ich weiß auch nicht, was er neben... Vielleicht ist er stärker oder irgend sowas. Oder er kommt sich einfach toll vor, weil er so einen Gürtel umhat, wer weiß. Auf jeden Fall. Final Fight. Wer kennt's ja? Wieder hier. Bist du ein Schweini? Und Schiss-Schwein. Das war's mit Schwein. Jetzt. Final Fight. Bist du sauer vom letzten Mal, hä? Time to finish you. Es ist Zeit, das Ganze zu beenden. Au! Oh, äh. Ich hab gespuckt. Igette. Nee, nein. Nicht Neustart. Ihr seht, er nimmt nicht viel Schaden. Er ist jetzt nämlich echt angepisst. Er kann uns auch nicht mehr leiden. Oder sowas. Aber wir schmeißen ihn trotzdem hier durch die Gegend. Und prügeln auf ihn ein, lieber Klopp. Und schmeißen ihn durch die Gegend. Prügeln auf ihn ein. Und schmeißen ihn durch die Gegend. Und prügeln auf ihn ein. Und kauen ihn auf den Scheidel. Leute, das war, glaube ich... Mal abgesehen davon, dass er mich einmal getroffen hat, war er der einfachste Boss hier. Mit mir in diesem Raum. Das war's. Es ist vorbei. Wir haben's geschafft. Es ist vollbracht, Leute. Donkey Kong Jungle Beat. Ich kann jetzt meine finale Entränkung vollführen. Ah, nein. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. So. Ja, jetzt geht's wieder. Ich musste mich nur entränken, sonst... Ja. Hier wieder ein Gramm. Goldwappen. Als ob das so sonderlich schwer ist, wenn man 800 schon bei dem kriegt. Wenn man mit 300 den Kampf beendet, dann hat... Ne, 400. 400, nicht 4000. Mann, ihr könnt einem Versprecher aber ewig nachtragen. Da sind nochmal alle Kongs da. Alle, die wir verprügelt haben. Auch wenn wir sie noch so sehr hassen. Die Affenhänden zünde ich immer noch alle an. Alle sind nochmal da. Sumo Kong, alle da. Okay. Gau Gi Kong. Wir bekommen jetzt auch hier nochmal ein paar Tipps, wie wir... Ja, das hab ich ja gemacht. Hier mit 6 hoch. Und wir bekommen hier nochmal ein paar nette Tipps, wie, ähm... Ja, wie wir das Ganze... Da, mit Combo 7. Wir bekommen jetzt hier mal kleine Tipps. Das ist jetzt quasi so... Wenn ihr platinsüchtig seid. Was ich nicht bin. Ja, hier dann hoch. Zack. Stampattacke. Vielleicht war... Vielleicht fiel das Spiel damals immer nur so schwer, weil ich das, ähm... Weil ich immer nicht diesen Salto oder die Stampattacke gemacht hab. Da haben wir eben halt ein Combo's gefehlt. Äh? Abspringen. Jump. Bam. Tot. Und... Einsammeln. Ihr seht, da oben haben wir jetzt... Also wir haben da jetzt immer noch ein paar Technik-Nivee bekommen. Da! 3.000! 3.000! Man bekommt da mehr als nur Platin. Aber ich möchte das auch ehrlich gesagt nicht machen, weil das ist pervers krank. Ja, hier... Ah, wenn man schon... Ah, wie geil, wenn man vorher abspringt. Ist ja lustig. Das hab ich versucht. Das hat nicht funktioniert. Aber man muss da schon... Sehr gute Reflexe haben. Und die Bongos müssen schon extrem gut reagieren können. Da-da-da-da-da-da-da... Äh! Pfff! Was ist das? Ach so! Man lernt jetzt hier echt Sachen, wo man sich denkt... Ah, das würde alle... Hallo! Hallo, Junge! Da, wenn wir sterben. Ich zünd dich an, Junge. Ich zünd dich an. Das war's mit Donkey Kong Jungle Beat. Das war's mit Donkey Kong Jungle Beat. Ende. Das real Ende. Nun gut, ihr seht, es gibt nichts mehr. Das war's mit Donkey Kong Jungle Beat. Und ich bin Chester Dino5. Zu meinem nächsten... Ich sag noch nichts. Ihr werdet es erfahren. Wie gesagt, das war Donkey Kong Jungle Beat. Aber es gibt eine Sache, die ich noch erledigen muss. Bis gleich. Einen Moment. Nun, Donkey. Du hast mir wohlgedient, will ich mal sagen. Die Ausrottung der Affen. Durch dich. Ich muss dir wirklich danken. Nur durch dich ist mein Plan aufgegangen. Du hast alle Affen ausgelöscht. Alle vier und den Affenkönig selbst. Ich will dir danken. Du darfst deine Freunde besuchen gehen. Man sieht sich in der Hölle, Donkey Kong. Tote Affen! Tote Affen!